Dividenden, ein wirklich schönes Thema bei Aktien. Heute geht es aber eher weniger um die Dividendenstrategie an sich, sondern um die Frage, wann ist es für ein Unternehmen sinnvoll, Dividenden auszuzahlen? Wann profitieren wir davon als Investoren und wann nicht? Und alleine bei dieser Frage sehe ich schon viele sagen, ja Moment, in welchem Fall sollen denn Dividenden nicht sinnvoll sein? Was will mir dieser Typ von Aktienwelt denn erzählen? Ja, diesen Fall gibt es und ich werde dir in diesem Video auch mehrere Aktien zeigen, wo es sinnvoll war und wo es nicht sinnvoll war, Dividenden auszuzahlen. Ich betrachte das Ganze aus der Sicht eines Value-Investors und damit wären wir auch schon beim ersten Beispiel dem Großmeister himself, Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Wie immer noch der Hinweis, das Video steilt keine Beratung oder Empfehlung dar. Buffett sagte, es gibt nur einen relevanten Test, ob ein Unternehmen Dividenden ausschütten sollte oder die Gewinne einbehalten sollte. Die Gewinne sollten vollständig im Unternehmen verbleiben, wenn dadurch der Börsenwert des Unternehmens mindestens um diesen Betrag steigt. Ist dies nicht der Fall, sollten Dividenden ausgeschüttet werden. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, ja wann ist denn bitte der einbehaltene Euro nicht mehr einen Euro wert? Dazu gebe ich dir gleich noch ein Beispiel anhand einer sehr bekannten Aktie. Fangen wir aber von vorne an. Wann und warum sollte das Unternehmen das Geld einbehalten? Zunächst sollte das Management die Reinvestitionsmöglichkeiten im Unternehmen selbst untersuchen. Das heißt zum Beispiel, dass man Projekte effizienter gestaltet, dass man weiter expandiert in neue Länder, Verbesserung von Produktionslinien oder andere Möglichkeiten nutzt, um einen wirtschaftlichen Burggraben zwischen dem Unternehmen und seinen Wettbewerbern zu schaffen oder zu vergrößern. Ein Unternehmen, welches diesen Punkt wirklich perfekt umsetzt, ist Alphabet. Obwohl sie schon so groß sind, haben sie immer noch so viele Möglichkeiten weiter zu expandieren, zum Beispiel neue Geschäftsbereiche, um so noch mehr Cash zu generieren. Meiner Meinung nach machen sie es genau richtig, überhaupt keine Dividende auszuschütten. Ein Unternehmen, das das auch richtig macht, also den Regeln von Buffett entspricht und Dividenden auszahlt, ist Coca-Cola. Buffett nennt sie auch selbst als Paradebeispiel. Also was Coca-Cola für eine weitere mögliche Expansion oder für andere Projekte im Unternehmen braucht, das behalten sie an Cash, den Rest schütten sie aber aus. Das ist die beste Option. Das Unternehmen ist an diesem Punkt angelangt, an dem sie mit einem weiteren Dollar keinen weiteren Dollar mehr generieren können. Und genau in diesen Fällen soll der Investor entscheiden, was mit dem Kapital passieren soll. Neben Coca-Cola sind auch Unilever, Kraft Heinz und Seas Candies, ein Unternehmen von Berkshire, gute Beispiele für Unternehmen mit einer sinnvollen Dividendenpolitik. Jedes dieser Unternehmen generiert mehr Cash, als sie selbst benötigen und dann ist die Ausschüttung die korrekte Entscheidung. Neben der Einbehaltung von Cash, so wie es ja Alphabet macht, und der Ausschüttung, so wie es diese vier Unternehmen machen, gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, das Kapital im Interesse der Aktionäre sinnvoll einzusetzen. Die zeige ich dir gleich noch. Alphabet hatten wir ja als positives Beispiel für ein nicht ausschüttendes Unternehmen. Ein anderes Beispiel wäre Stone Co., ein brasilianisches Fintech, das ich selbst im Depot habe. Und auch die schütten keine Dividende aus. Und das ist komplett richtig so. Denn sie sind noch relativ klein, also sie haben unglaublich starke Wachstumsraten. Und hier wäre es auch völliger Schwachsinn, das Kapital mir zu geben, anstatt es in das eigene Unternehmen zu investieren. Zu Stone habe ich übrigens im Mitgliederbereich von Aktienwelt eine Analyse gemacht. Schau auch dort gerne vorbei, da zeige ich dir mein komplettes Portfolio völlig transparent. Sie sind quasi das Gegenbeispiel zu Alphabet bezüglich der Größe. Das heißt, auch bei sehr vielen kleinen Unternehmen, die einfach sehr starke Wachstumsraten hinlegen können, macht die Ausschüttung wenig Sinn. Zudem fallen bei einer Ausschüttung, egal ob jetzt bei Stone Co. oder Alphabet, Steuern an. Also die 801 Euro Freibetrag einmal außen vor gelassen. Und wenn ich das Kapital wieder reinvestiere, fallen Transaktionskosten an. Auch das muss man mit berücksichtigen bei der Aktienanalyse und bei der Dividendenpolitik des jeweiligen Unternehmens. Die grundsätzliche Frage ist ja, welche Ziele habe ich denn beim Investieren und bei meinen ausgewählten Aktien? Dieses ganze Thema der Dividenden betrachte ich ja nur aus der Sicht eines langfristigen Value Investors, wie ich es ja selbst einer bin. Das heißt, mir kommt es nur auf meine Gesamtrendite an. Das Kapital soll dort eingesetzt werden, wo es für mich langfristig die meiste Rendite erzielt. Wenn du dieselben Ziele hast, trifft es ja perfekt auf dich zu. Wenn du aber zum Beispiel ein Dividendeninvestor bist und die Dividenden nur verkonsumieren möchtest, dann hast du ja eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Dann wirst du entsprechend auch Aktien mit hohen Dividenden auswählen. Dann bringt dir Berkshire oder Alphabet gar nichts. Damit haben wir die positiven Fälle durch. Das heißt, egal ob das Unternehmen ausschüttet oder nicht ausschüttet. Du hast jetzt einen Eindruck gewonnen, welche Unternehmen die richtige Dividendenpolitik verfolgen. Kommen wir nun zu den negativen Beispielen und hier ist leider ein deutsches Unternehmen mit dabei. Beginnen wir mit AT&T. Die Aktie ist vor kurzem stark eingebrochen, weil sie die Dividenden kürzen mussten. Wenn ein Unternehmen ständig Dividenden zahlt, wächst natürlich auch der Druck, eine gewisse Dividendenrendite zu halten oder sogar sie zu steigern. Und das kann dann gefährlich werden, wenn man jeden Dollar zusammenkratzt, um die Dividendeninvestoren glücklich zu machen. Diese Dividendenkürzung hat den Kurs beeinflusst und das trifft letztendlich jeden Investor. Denn selbst die beste Dividendenrendite bringt dir nichts, wenn der Kurs auf Dauer sinkt. Die Gesamtrendite besteht immer noch aus der Kursentwicklung und den Dividenden. Sich nur auf einen Part zu fokussieren, bringt dir nichts. Auch deshalb ist es nicht sinnvoll, nur auf die Dividendenrendite bei einem Unternehmen zu schauen. Damit wären wir beim deutschen Negativbeispiel und das ist leider Vata. Die haben eine Dividende von rund 100 Millionen Euro beschlossen. Das sind 2,48 Euro pro Aktie und sorry für den Wortlaut, aber das ist bei einem derart starken Wachstumsunternehmen wie Vata absoluter Schwachsinn. Das liegt einfach am Großaktionär und dem Aufsichtsratmitglied Herr Teuner. Zu Vata habe ich übrigens schon eine Einzelanalyse gemacht, die blende ich dir auch einmal ein. Er hat das Ganze in die Wege geleitet. Hier siehst du einen Ausschnitt vom Dezember 2020. Also er hat das schon frühzeitig angekündigt, dass er diese Dividende möchte. Ich finde diesen Satz von ihm auch super formuliert. Er sagt ja, beziehungsweise hier steht zumindest, Bisher haben wir alle Gewinne zu 100% wieder in die Firma investiert. Jetzt ist es an der Zeit, die Aktionäre zu beteiligen. Die bessere Formulierung wäre wohl, jetzt ist es an der Zeit, mich zu beteiligen. Woher kommt denn bitte diese Annahme, dass die Aktionäre eine Dividende möchten? Also hier wird meiner Meinung nach der kurzfristige Erfolg klar über den langfristigen gestellt. Und langfristig orientierte Aktionäre bezahlen dafür. Ich muss auch sagen, zum Glück bin und war ich nicht investiert, sonst wäre ich richtig sauer. Wobei ich jetzt auch kein wirkliches Verständnis dafür habe. Denn es ist einfach unlogisch. Diese 100 Millionen Euro hätte Vata doch ohne Probleme investieren können. Und in 10 bis 20 Jahren zieht man dann eine zweistellige Rendite daraus. Für mich ein ganz klarer Fehler. Ein Warren Buffett hätte das nie so gehandhabt. Das ist hier quasi das Gegenteil zum positiven Beispiel von Stone Co. Beides sind wirklich starke Wachstumsunternehmen. Stone macht es richtig, Vata macht es falsch. Selbst wenn man das Geld von Vata wieder in Vata investiert, entstehen ja Transaktionskosten und Steuern. Das hätte man jedem Aktionär ersparen können. Denn das ist ja genau dieses Beispiel, wo 1 Euro im Unternehmen selbst definitiv mehr wert gewesen wäre, als 1 Euro in meiner persönlichen Tasche. Und gegen diese Regel hat Vata hier meiner Meinung nach ganz klar verstoßen mit dieser Sonderdividende. Zwei Optionen haben wir jetzt durch. Also das Kapital entweder behalten oder eben in Form von Dividenden ausschütten. Ich hatte dir ja noch eine dritte Option angekündigt. Und das macht zum Beispiel Berkshire Hathaway, nämlich Aktienrückkäufe. Das ist die dritte Möglichkeit und auch diese ist im Sinne der langfristigen Aktionäre aber nur, solange man keine überteuerten Aktienrückkäufe macht. Wenn man den Dollar für 1,5 Dollar kauft, macht das wenig Sinn. Kauft man aber den Dollar für 70 Cent, kann man wenig falsch machen. Übrigens gab es bei Berkshire Hathaway einmal eine Abstimmung, ob die Aktionäre denn eine Dividende möchten. Das war im Jahr 2014. Ein Aktionär hatte das Ganze gestartet. Obwohl er nie einen offiziellen Antrag gestellt hat, wurde eine Abstimmung durchgeführt und das Ergebnis war... Ein bisschen Trommelwirbel. 98% der Aktionäre wollten keine Dividenden. Berkshire hat wirklich eine einzigartige Aktionärstruktur von langfristig orientierten Investoren. Wenn dir das Video gefallen hat, schau auch bei meiner Vata-Analyse vorbei und damit bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, schau auch bei meiner Vata-Analyse vorbei und damit bis zum nächsten Mal.